Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Kürbis für zum Beispiel eine Suppe richtig schneiden kann und ob man diesen zuvor schälen muss oder nicht. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett, den unter klarem Wasser gewaschen Hokaido oder Butternut Kürbis und vor allem auch ein scharfes, großes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Bei beiden Kürbissorten ist die Schale übrigens essbar, wir müssen sie also nicht extra schälen, außer im Rezept steht etwas anderes oder wir haben solche unsauberen Stellen hier außen zum Beispiel. Diese kann man dann einfach mit dem Messer großzügig abschneiden. Die unschönen Stellen sind entfernt und jetzt können wir unseren Kürbis einfach mal halbieren. Das machen wir etwas neben diesem Strunk hier und es geht übrigens am leichtesten, indem wir einfach solche kleinen Wippbewegungen hier machen. Das ist anfangs immer etwas schwer, weil der Kürbis wirklich sehr hart ist, doch hier muss man sich einfach etwas Zeit lassen. Wenn das geschehen ist, können wir hier innen drin schon unsere Kürbiskerne sehen. Diese geben wir am besten einmal mit einem Löffel hier in eine kleine Schüssel hinein, da diese auch essbar sind und anschließend weiterverarbeitet werden können. Wir stechen also mit dem Löffel am besten einfach mal hier außen so etwas überall rein und dann können wir es auch schon ganz leicht in die Schüssel geben. Das selbe Spiel mit der zweiten Hälfte natürlich auch. Wenn die Kerne entfernt sind, dann halbieren wir unsere Hälfte hier mit dem Strunk noch einmal leicht neben diesem Strunk hier. Nun können wir diesen ungenießbaren Teil nämlich ganz einfach abschneiden, ohne uns dabei irgendwie verletzen zu können. Wenn auch das passt, dann können wir den Kürbis anschließend noch in solche Streifen hier schneiden. Hier können wir natürlich die gewünschte Dicke nehmen, so wie wir es am besten brauchen. Anschließend mit dem Messer noch würfeln, auch wenn er natürlich so dick wie wir es haben möchten und schon haben wir unseren Kürbis nämlich auch schon richtig geschnitten und können diesen in einer Suppe verwenden. Wenn du dir für zu Hause übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser, Kochhandschuhe oder auch ein Profi-Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extern im Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.